Hallo Freunde der Spiekutur und willkommen zurück bei Schlacht um mit der Erde. Wo wär's bestimmt? Die letzte Armee Rohans hat sich in die Festung Helms-Klamm zurückgezogen. Ein Traum. Da werden wir mal mit dem Lurz hingehen. Helms-Klamm ist die letzte Zufluchtstätte der Menschen Rohans. Doch niemand, der die Festung betritt, wird sie je wieder verlassen. Boah, wir werden sie alle so töten. Theodem, ich werde dich aufschlitzen. Jetzt nehmen wir uns, was den Pferdeherren lieb und teuer ist. Zeigt kein Erbarmen! Wir greifen an! Beseht euch, ihr Ratten! Aufwachen! Das Lager schlägt sich nicht von alleine auf. Aufwachen! Sichert es und fangt anzubauen. Weiter! Schneller! Macht euch kampfbereit! Das machen wir jetzt auch. Macht eure Waffen bereit! Nicht zu überfallen! Also guckt, hab ich auch richtig viel Geld noch übrig. Wir brauchen definitiv Belagerungswaffen. Hm, Waagreiter jetzt nicht so. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch ein paar Ressourcen noch. Wir greifen an! Bald! Wir greifen an! Bald! Macht euch kampfbereit! So, dann lassen wir ein paar Truppen auch noch hinten stehen. Macht euch kampfbereit! Nicht zurückfallen! Bewegung! Lasst uns Belagerungsmaschinen bauen! Macht euch kampfbereit! Ihr macht, was ich sage! Bald! Wir greifen an! Bald! Zum Lager! Los! Genau, die bleiben da. Uruks! Und ihr bleibt hier an der Seite, bitte. Weil hier werden wir dann auch noch eine Uruk-Kai-Höhle machen. Okay, natürlich ohne... Hm, dafür brauchen wir Stufe 2, ne? Vernichte alle feindlichen Helden. Wirf die Verteidiger nieder, bevor Verstärkung eintrifft. Ja, das kann knapp werden. Nichts kann die heiße Hand aufhalten! Weil Legolas wird nämlich meine Belagerungswaffen alle kaputt machen. Weiter! Weiter! Weil er einfach 8000 Kilometer weit schießen kann. Ja. Und Saruman können wir erst in 80 Millionen Jahren holen. Macht eure Waffen bereit! Nehmen wir ihn auch noch mit. Ihr macht, was ich sage! Dann behalten wir zwei Truppen hinten. Ah, weiter! Ein Geschenk! Wir wollen natürlich durch das Loch. Äh, wo willst du hin? Mistvieh. Das schmeckt bei dir! Nein, wir brauchen Schlag. Wir brauchen Schlag. Wir haben die Belagerungswaffen geweitert. Verstört das Gebäude! Saruman wird erfreut sein. Vielen! Ich trinkt langsam Hunger! Hm. Schön, können wir noch einen Wald einreißen? Ich glaube, es gibt hier keinen, der sich lohnt. An die Arbeit! Noch mehr stinkende Arbeiter! Hm, so. Und dann können wir auch mal eben hier die Upgrades fahren. Ah, schön. Legolas kann auf der Distanz nicht... keinen Schaden austeilen. Schau hier! Kerschmeckert je! Niemand stellt sich uns in den Weg! Aber es braucht natürlich seine Zeit jetzt mit den Zweien. Leider kann ich nicht mehr machen, außer... Macht eure Waffen bereit! Ja, leider kann ich keine Einheiten aufeinander hetzen. Komm! Wir haben keine Zeit für den Schmarrn. Sie reiten hinaus! Haltet sie auf! Niemand stellt sich uns in den Weg! Sie reiten hinaus? Das sind doch nur ein paar Elfen. Meine Belagerungsmaschinerie werden die nämlich nicht zerstören. Die neuen Klingen sind... Seilspannen! Macht eure Waffen bereit! Macht euch Kampfbereit! Macht euch einlegen! Macht eure Waffen bereit! Nicht zurückfallen! Ruhe faulhalten! Orcs! Macht euch Kampfbereit! Orcs, 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 Orcs. Ach ja, ne, Urukais. Urukai! Minus S, verdammt. Seilspannen! Ach ja, jetzt würde ich gerne die Zeit beschleunigen. Mal hier überhaupt noch Schaden an den Ding? So, das Upgrade ist fertig! Ja gut, ich mach noch Schaden. Ich beobachte euch! Könnt ihr auch profitieren? Von seiner passiven Aura? Oder das hier? Komm! Normalerweise macht man es ja mit der, äh, mit dieser Bombe. Aber dafür muss ich ja, äh, so ein Verstärkungskram, also beziehungsweise man muss erstmal Upgrades fahren. Was wollt ihr denn von mir? So, gleich das Feierabend mit der, mit dem Wall. Abzugskraben. Vor allem, wie er einfach nur ein schwarzes Loch in der Mitte hat. So wurde das früher gemacht. Da sollte man nicht unter ein Objekt gucken können. Mal einfach nur ein schwarze, ein schwarzes Ding davor gemacht, so ein, wie so ein Papier. Ich will sehen, wie die Mauer zertrümmert wird, während Legolas da drauf steht. Oh, schöner Bogen! Wo ist eigentlich Gimli? Ha, da ist die Videosequenz, wie es einig sein müsste. Wo ist der Legolas? Genau, ab durch da. Oh, die haben Lutz getötet. Lutz. Da ist Legolas, der Penner. So, das war's erstmal mit ihm. Äh, da war, glaube ich, Boromir. Genau, setzt euch mal hier durch. Ich hoffe, ihr baut jetzt nicht noch mehr. So, sehr schön. Und am besten schicken wir die Verstärkung direkt bis nach da oben. Wofür auch Gnade? Wir zerstellen doch eh alles, was wir wollen. Und wir haben nur noch vier Minuten. So, dann holen wir nämlich Lanzen. So, Angriff auf die Nächsten. Komm, hoch da. Das ist so scheiße, die Ecke hier. Sehr schön. Dann kann der auch direkt mal nach vorne. Ich sage, macht eure Waffen bereit. Ruhe jetzt, Uruks. Aufpassen, du. Zuhören. Gerastet wird dich urweilen. Es lebe die weiße Hand. Wäre hierher. Nicht zurückfallen. Vorwärts. So, vorwärts. Nicht zurückfallen. Aufwärts, macht eure Waffen bereit. Es lebe die weiße Hand. Bewegung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Feind greift uns an. Aufwachen. Macht euch kampfbereit. Heute kosten wir Menschenfleisch. Ich kann sie riechen. Wir greifen an. Bald. Vorwärts. Ach, wen haben wir denn da? Einen elenigen Penner. Vernächtet ihn. Ich folge meinen Vätern. Ich helfe weiter. Kannste machen. Ach, da ist der Gimli. Der kleine Schlawiner. Komm her, Gimli. Genau, hüpfen wir vor die Burg. Und wen haben wir da unten noch? Aragorn. Niemand stellt sich uns in den Weg. Urux. Saruman wird erkreuz sein. Verschont niemanden. Wir dürfen ab. Sie müssen sterben. Er gehört mir. Urux. Urux. Keinem am Leben. Falsche Taste. Ach, ach, ach. Ich krieg langsam Hunger. Aragorn ist gefallen. Schnell. Schlachtet sie ab. Kommt her. Feuer. Brenn. So, die anderen weiter. 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 Ich krieg langsam Hunger. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Wir haben noch 1 Minute 48. So, Wechsel auf Waffe. Komm, Schaden. Nein, nicht hängen bleiben. Angreifen. Macht eure Waffen bereit. Er macht, was ich sage. Legt es in Schutt und Asche. Ich krieg langsam Hunger. Sie müssen sterben. Urux. Sie schnöpfen uns an. Aufwachen. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Ich krieg langsam Hunger. Keine Gnade. Zerstört. Na komm, na komm, na komm. Schlachtet sie ab. Bewegung, Urukay. Macht euch Kampf bereit. Lasst keinen am Leben. Immer noch gut in Zeit. Ich beobachte euch. Saruman wird erfreut sein. Ich krieg langsam Hunger. Vorwärts. Ich beobachte euch. Ich krieg langsam niemanden. Ach so, das müssen wir noch kaputt machen, wo die Manneken drin versteckt sind. Ich krieg langsam niemanden. Bam. Aufwachen. Das schont niemanden. Sieg. Mit allen Bonus. Wir hatten noch vier Sekunden Zeit, bis die überlebenden Ends kommen. Der Schatten senkt sich über Rohan. Die Ära der Menschen ist vorbei. Ah, 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 ah. Der Gag ist einfach, das Böse kommt immer wieder. Ah ne, die Guten kommen immer wieder. Obwohl ich sie schon tausendmal getötet habe. Macht nichts. Nächstes Mal weiter mit Böser Kampagne in Schlacht um mit der Erde mit eurem Doc. Bis dann. Ciao.